Wir bauen uns ein Haus. Diesen Wunsch haben viele Leute. Aber Fertigteile sind nicht jedermanns Sache und der Bau eines Ziegelmassivhauses dauert meist mehrere Monate. Familie Mayer aus Feldbach zum Beispiel hatte aber nicht Monate, sondern nur Wochenzeit, um sich ihr Traumhaus zu bauen. Und da kam die Firma Köberl ins Spiel. Ich habe mit Herrn Köberl gegolft und habe mich dann erkundigt, was er macht. Und da hat mir jemand gesagt, er baut Häuser. Habe ich gesagt, du, was ist? Bau unser Haus. Wir brauchen eins. Ja, der hat gesagt, es dauert sechs Monate. Ich sage, das kannst du vergessen, weil sechs Monate geht sich nicht aus. Und eines Tages ruft er an und sagt, ich komme. Ich sage, wozu? Ich habe einen Plan. Und er sagt, genau mit einem Plan. Ein Tag das, zwei Tag das, drei, vier Tage und so weiter. Genau einen Plan aufgestellt. Und dann haben wir gesagt, okay, versuchen wir es. Haben wir alles durchbesprochen. Und so wurde geplant, ausgehoben und gebaut. In Rekordzeit. Denn nach nur zehn Wochen konnte Familie Mayer ihr Ziegelmassivhaus beziehen. Für alle Beteiligten ein Grund, die Haussegnung und Einweihungsfeier zu einem großen Fest zu machen. Doch wie schafft es die Firma Köberl eigentlich, einen solchen Rekord aufzustellen? Ja, das sind mehrere Punkte. Der Hauptpunkt ist sicher einmal, dass wir Haustechnik selbst haben und Zimmerei und die Baumaske sowieso. Und dadurch kann man die Einteilungen optimalst organisieren, was das betrifft. In weiterer Folge Lieferanten, dass zur richtigen Zeit das alles auf der Baustelle ist. Und dann Subfirmen auch, sind zwar eher gering, Bodenlegen, Fliesenlegen, dass die zur richtigen Zeit das Ganze vollziehen können. Im Fall Mayer mehr als nur gelungen. Vom Spatenstich bis zum Einzug in nur zehn Wochen. Gefeiert wird mit Verwandten, Nachbarn und natürlich den beteiligten Unternehmen. Das familiäre Umfeld ist ein weiterer Garant für den perfekten Bau. Es beginnt bei den Mitarbeitern. Einmal ganz klar. Wir beschäftigen nur die impffähigen Leute. Ich habe da einen Spruch von den Flieger, von den Schweizer gesagt. Er hat gesagt, Charakter muss einmal das Fliegen bringen wir ihm bei. Das ist bei uns dasselbe. Und ein Charakter hat das Mauern, das Zimmern und die Institution beherrscht da. Also Charakter, Charakter, Charakter. Flexibel. Er muss lernen, muss ruhig sein, wenn er noch nichts versteht. Aber dann, wenn er es versteht, dann muss er voll aktiv dabei sein. Er hat die Chance bei uns, genug Zeit sich zu entwickeln und das ist entscheidend. Da war ein Wunsch, das konnten. Aber wir wussten schon vorher, dass wir die Möglichkeit haben. Aufgrund unserer Erfahrung. Seit 1984 bauen wir diese Häuser. Und in Zukunft ist es nicht unbedingt sinnvoll mit aller Gewalt, weil es kostet etwas mehr. Wir haben gehört, der Estrich kostet ja Geld, wenn ich heute einen Trockenestrich, einen Schnellestrich hernehme. Aber das ist das Wesentliche. Es ist nicht so viel. Aber wenn einer den Wunsch äußert und er will wirklich und er muss, wenn das Baby unterwegs ist oder was immer, dann sind wir zuständig. Und er hat ein atmungsfähiges Haus. Ziegel. Das ist es. Ein kompetentes Team, eine motivierte Familie und ein gewisser Zeitdruck. Diese Faktoren ermöglichten das perfekte Haus in nur 10 Wochen. Was jetzt noch fehlt? Pool und Rasen. Doch auch dafür sorgt die Firma Köberl. Meistens ist es leider so, dass natürlich, was das Bauen betrifft, die ganzen Geldquellen ausgeschöpft wurden und vielleicht in einigen Jahren erst ein Pool in Betracht gezogen wird. Dahingehend vielleicht nur Vorrichten für ein späteres Pool. Die Rasenangelegenheit ist auch natürlich eine Angelegenheit, die was irgendwann gemacht wird. Je nachdem, man hat es halt sehr schnell, sehr schön mit Grün. Sonst muss man warten. Vor allem in aller Dichtheit. Und das, wie Sie wissen, vielleicht wird von uns auch angeboten. Köberl hat in Fellbach das Unmögliche möglich gemacht. Der Traum vom eigenen Haus wurde Familie Meier in Rekordzeit erfüllt. Dres, quattro, bravo!